Das Jahr 2020 hat uns alle vor große Herausforderungen, neue Herausforderungen gestellt. Plötzlich kamen viele Sachen, die wir gewohnt waren zu machen und geliebt haben zu machen, zum Erliegen. Auch der Fußball kam zwischenzeitlich zum Stillstand. Auch oder gerade in schwierigen Zeiten wird positives Denken und Einsatz belohnt. Sichere dir ein Highlight in 2021 und melde dich bei der Königischen Fußballschule an. Dort trainierst du unter den gleichen professionellen Trainingsbedingungen wie ich bei Real Madrid. Freu dich auf das Jahr 2021. Wir alle hoffen, dass es dann wieder bergauf geht. In der Fußballschule wirst du viel dazulernen, da bin ich ganz sicher. Sportlich wie persönlich. Viel Spaß im Camp und bleibt gesund. Dein Toni